Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, an die Kollektion des vergangenen Jahres? Zwei Vollgeschwister haben 2023 unser Lot bereichert, deren Erfolgsgeschichte in diesem Jahr von Vivace fortgeschrieben wird. Dieser fünfjährige Fuchswallach stammt aus der Fantastica PS, eben der Fürstenlookstute, die auch die Mutter von Finest Temptation und Frontgirl ist. Sie hier mit Vitalis anzuparen, einem der begehrtesten niederländischen Dressurvererber der Gegenwart, ist ein nächster Geniestreich des Gestüts Lewitz. Die Verlässlichkeit in unserer Expertise bei der Auswahl exzellenter Dressurprospektiven ist eng verbunden mit dem züchterischen Vertrauen in erwiesene Stutenstämme. Dies gehört ebenso zu PSI wie der Hammer zu unserem Auktionator Hendrik Schulze Rückkamp. Mütterlicherseits wird Vivace über Fürstenlook, Hotline und Klassiker abgerundet. Aus diesem Mutterstamm entspringt auch das ehemalige Spitzen Grand Prix Pferd Weltklassiker, das unter Alisa Wilson in Amerika große Erfolge feierte und später unter Bianca Kasselmann zahlreiche Grand Prix Siege erzielte. Vivace – PSI Genetik auf den Punkt gebracht! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020